hallo leute heute habe ich wieder ein neues video für euch und zwar habe ich ein hall vorbereitet und zwar habe ich hier ein paar sachen für jungs und ihr wisst ja dass ich wieder schwanger bin und ein mädchen erwartet und meine tante aus amerika hat mir ein paar sachen geschickt als mitgegeben weil meine cousine ja da ist und die möchte ich euch ein bisschen zeigen es gibt sie auch hier in österreich zu kaufen im outlet center oder eben online und ihr wisst ihr bereits man kann überall online einkaufen und ja ich fange mal an und zwar habe ich hier einmal dieses levis t-shirt das schaut so aus ich habe das übrigens in weiß zufällig und ich bin schon gespannt also im partner mit mir und alex hat auch im weiß schaut so aus ganz simpel gibt es im levis shop ich werde euch jetzt nicht die preise sagen weil es ist dollar und hier habe ich noch mal ein levis danke übrigens an meine tante die das alles gesponsert hat und geschenkt hat es übrigens ja sehr viel deswegen glaube ich wird das ein langer roll schaut so aus dann haben wir hier einmal schwarz von champions in rot schaut so aus kann man übrigens auch online bestellen dann habe ich hier einmal dieses t-shirt ist auch von champion dann haben wir hier ein t-shirt in orange grau weiß ich finde es halt voll schön weil es einfach mal was anderes ist und farbig ist es hat sogar ein passenden short das schaut sicher cool aus dann das kann man auch sehr sehr gut kombinieren mit weiße schuhe also meine tante hat sich da wirklich sehr sehr mühe gegeben es ist sehr passend und von adidas finde ich sehr schön weil man es nicht schnüren muss kann es auch öffnen klettverschluss und ja hier vorne kann man auch wieder adidas lesen basic halt das passt immer hier habe ich so eine graue jeanshort für ihn und dann wie wie nennt man das schatz dank nie dk also dk ny also dk ny ja ich kenne die marke nicht also ich kenne die marke schon aber ich kann es nicht aussprechen ja egal schaut so aus es hat hier seitlich auch noch so ein knopf wo man eben alles öffnen kann und das eingeben kann und hier seitlich auch noch zwei großen taschen das passt auch zu allem und als letztes habe ich hier ein champion t shirt was sonst auch sehr basic weil es einfach zu alles passt übrigens hat meine tatte dann noch ein short das ist auch in der farbe das hat junior schon getragen deswegen kommen wir zum mädchenhau das war alles was junior eben bekommen hat ich bekomme ja mein kind im november also nicht wundern wenn ihr irgendwelche wintersachen seht jetzt im sommer und zwar habe ich hier einmal so eine strickjacke in grau mit so pünktchen und hier seitlich gibt es so knöpfe und ja sehr sehr praktisch hier seitlich habe ich auch so marschen so richtig girly like und hier habe ich noch so wieder eine strickjacke mit druckknöpfe das ist wirklich super in rosa und hier hat es sogar so ein motiv und zwar ist ein bär oben also es ist ein bär für mich und ist ein bisschen gestreift eben rosa weiß das passt sehr gut das ist so typisch mädchen und hier so eine rosa also da das ist auch super ich glaube das gehört eh zusammen weil es auch genau dieselbe farbe hat und so masche auf der seite habt hier habe ich ein body ob wie süß ein panda und hier hinten kann man es öffnen da jetzt sind auch wieder diese druckknöpfe wirklich super das nächste ist dieses jumpsuit also ich nenne es jumpsuit ich weiß nicht was die richtige benennung dafür ist aber ja hier kann man das so öffnen zeige ich euch schnell und hier gibt es einen eisverschluss praktisch auf der seite das kind kann da einfach ganz schnell rein hier genau dasselbe nur in weiß und zwar hier gibt es wieder seitlich solche knöpfe und wieder ein eisverschluss sehr praktisch meine tante hat schon wieder dasselbe gekauft als was für ein wunder in pink wieder genau dasselbe modell und da sind die füße auch schon beinhaltet also da braucht man keine socken mehr das ist wirklich sehr 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 praktisch und kann ich nur jedem empfehlen vor allem weil die kinder neu geboren sind da muss man schauen dass den nicht zu kalt wird wir müssen ja immer warm bleiben hier ich muss das schnell öffnen weil es alles zusammen gebunden ist dann habe ich hier ein body mit so rosa blumen oben also rosa blumen gelbe blumen oben und solche motive hier wieder so wasche und hier unten ganz normal druckknöpfe da hat meine tante sich wieder was tolles überlegt in drei verschiedenen farben hier nochmal in grau grau und in rosa hier haben wir nochmal solche jogginghose für die dame und hier sogar so ein motiv bei den füßen oh ist das süß ein berlin ich freue mich schon leute wisst gar nicht was für eine vorfreude ich habe ich bin eigentlich obwohl ich mir einen jungen gewünscht habe bin ich sehr sehr froh dass es ein mädchen geworden ist da haben wir auch wieder ein body wo drauf steht you and me a big hug das was und hier wieder unten ganz normale druckknöpfe geben ganz normale bodies davon könnt ihr nicht genug haben ich sage es euch jetzt schon falls ihr jetzt frisch gebacken mit ihr seid ihr braucht das hier haben wir wieder ein body was für ein wunder mit blumen oben schaut sehr süß aus und nochmal mit so einhorn ich glaube das ist so richtig typisch mädchen da hat sie sich echt gute sachen einfallen lassen da kann man sogar drüber greifen es ist aus echtem baumwolle habe ich gerade übrigens gelesen auch in blau mit so ganz ja mein händchen hat sich wieder aufgehängt also nicht wundert was es irgendwie komisch oben ist ich nehme das jetzt schon zum dritten mal auf weil mein speicher voll ist deswegen ganz schnell noch habe ich ein kleidchen hier hat es so ein katzenmuster hier könnt ihr das eben öffnen der ist so ein knopf oben und ja der schaut so süß aus mit einem kopf aus und vielleicht kann man nichts falsch machen und es ist sehr sehr praktisch darunter kann man eben diesen body hier anziehen mit blumen oben und hier nochmal dasselbe die kann man eben sehr sehr gut kombinieren weil sie einfach so basic sind zum beispiel so ein weißes t shirt oder eben so blumenartige sachen aber von farbe halt zum beispiel jetzt großer wenn ihr viel davon habt dann kann man das sehr sehr gut kombinieren hier wieder so ein weißes body das passt einfach zu allem ich sag's euch auf jeden fall war das ein haul von mir ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten mal wieder ein tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal